Hallo und herzlich willkommen zu The Swapper, einem Spiel, das es mal kostenlos bei Playstation Plus gab und deswegen möchte ich es euch kurz vorstellen, aber nicht nur deshalb, sondern auch weil ich das Spiel ziemlich geil finde. Wir gucken erstmal ganz kurz hier in die Optionen rein, Lautstärke stimmt, recht das dick, lasse ich mal die Empfindlichkeit, Untertitel sind an, Helligkeit habe ich ein bisschen mit raufgenommen, eigentlich wollte ich es auf 10 machen, ein bisschen heller, weil das Spiel ist schon ziemlich dunkel, damit ihr auf YouTube überhaupt was erkennt, es ist vielleicht nicht verkehrt, es ein bisschen heller zu machen. Ja, dann starten wir einfach mal, es ist ein Puzzlespiel, sag ich jetzt mal, ihr werdet gleich sehen, worum es genau geht. Ich starte das Ganze mal und dann schauen wir uns das mal an. Ja, dann starten wir uns das mal an. Ja, dann starten wir uns das mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und X halten, damit wir ein bisschen höher springen Mit R können wir uns auch hier umsehen Man sieht hier den weißen Punkt Hoffe ich zumindest, dass man ihn sieht Damit können wir uns umschauen Und es ist alles ja sehr minimalistisch gehalten Hier in diesen Lichtkegeln Wird gespeichert Und Hier können wir mit Viereck Den Aufzug rufen Schubschidu und Natürlich auch wieder hochfahren Hallihallo, hallöle Städte 24 25 Uah Hup Now entering Cicius' excavation site 24 On planet Cori 5 All off world transport via home teleport At base of installation All finds property of the Sisyphus project Okay, mit Kreis können wir uns die Karte anzeigen lassen. Die ist jetzt noch ein bisschen klein. Wir sind hier in der Grabungsstätte 24. Logischerweise. Und eben... Komme ich schon irgendwie hier rüber? Upsi, nicht wirklich. Komm, dreh dich um. Ja, so läuft er einfach nur rückwärts, wenn man mit dem linken Stick sich bewegt. Man muss sich dann auch wirklich mit dem rechten Stick umdrehen. So, dann gehen wir mal. Lager. Teleporter. Ja, da wir hier nicht durchkommen, müssen wir erst mal ins Lager. Hilfe. Aha. Und wir haben den namensgebenden... Äh. Swapper quasi. Also dieses Gerät. Und wir können in einem Freiraum L1 oder L2 gedrückt halten. Und dann sehen wir hier dieses Ding. Und wenn wir dann loslassen, haben wir eine Kopie von uns erstellt. Die sich genauso bewegt, wie wir das auch tun. Und das ist eigentlich das Spielprinzip. Wir erstellen Kopien von uns, bis zu vier Kopien. Wie man sieht, wir haben jetzt noch drei verfügbar. Können wir alle erstellen. Zack, und die bewegen sich genau wie wir. Und damit müssen wir eben Rätsel knacken. Und das wird noch verdammt lustig. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier uns vielleicht hier oben hinstellen. So, zack, bumm. Das ist noch einfach. Weil hier können wir jetzt durchlaufen. Unsere Kopie oben bleibt dann an dem Stein da oben hängen. Kann also gar nichts passieren. Und damit öffnen wir die Tür. Da oben ist schon wieder so ein Öffnungsmechanismus. Und wenn wir hier stehen, dann geht das auf. Und wenn der dann irgendwann da oben steht, müsste das aufgehen. Problem ist nur, wir... Genau, da steht es auch Berühreklone, um sie wieder aufzunehmen. Also wir können die dann auch wieder löschen, diese Klone. Hat man ja auch vorhin schon gesehen, als ich gerade durch die durchgegangen bin. Da haben sie sich ja auch aufgelöst, quasi. So, jetzt müssen wir nur hinkriegen, dass wir hier einen hinstellen. Weil hier durch den Stein durch, das geht nicht. Wir brauchen wirklich einen Freiraum, wo wir unsere Kopie platzieren können. So, jetzt muss ich natürlich erstmal hier drauf. Dann hoffe ich mal, dass er hier ganz schnell weiterlaufen kann. So. Und zack. Aus die Maus. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Und hier steht es auch nochmal, es können vier Klone zugleich existieren. Das heißt... Upsi. Kann man zuerst hier einen hinstellen. Dann hier. Dann natürlich hier. Und hier. Und da die alle so an der Stufe stehen, können sie auch nicht weiterlaufen. Zack, bumm. Und sobald wir hier durch so einen Speicherpunkt gehen, gehen die Klone auch alle von sich aus. Put! Und wir haben hier ein Datenterminal. Okay. Okay. Von Cori 5, Grabungsstätte 24, Antezois Xenotechnologie-Forschung. Wir wissen es zu schätzen, aber die Hälfte meines Teams weigert sich auch nur im selben Raum zu sein, wie einer von diesen Wechslerapparaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ihr Einsatz so weit etabliert, dass es die geforderten Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigen würde. Ja, mich wahrscheinlich. Ne, keine Ahnung. So, ganze Karteanzeigen. Wir sind hier und die grünen... ...ja, Punkte sind dann wohl die Türen, hoffe ich zumindest mal. I like it, so. Zum Teleporter. Geht's da rüber. Ich freue mir. So, kommen wir hier durch. Erstmal. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Aber es wird sich noch rausstellen. So, was haben wir denn hier Hübsches? Erzeuge einen Klon. Wechsle mit R1 oder R2 zu ihm. Das ist nämlich ganz praktisch, weil hier kommen wir nämlich... Selbst mit einem großen Sprung kommen wir hier nicht mehr raus. Das heißt, ich muss hier meinen Klon erstellen und muss dann mit R2 zu ihm wechseln. Dann sind wir jetzt das Original. Also der Klon ist jetzt das Original. Ihr versteht, was ich meine. Und wir da unten, das ist jetzt der Klon. Und wir laufen einfach weiter und die Funktion brauchen wir jetzt auch, um uns hier rüber zu flitschen, weil springen geht da einfach nicht. Dann kann unser Klon sterben und wir laufen weiter. Und jetzt kommt noch ein weiterer Clou, nämlich in blauem Licht können keine Klone erzeugt werden. Und da oben haben wir jetzt so blaues Licht. Also ich kann jetzt hier keinen Klon erzeugen. Aber wenn hier jemand drauf steht, dann wird zumindest das Licht etwas minimiert. Das heißt, ich stelle hier jetzt einfach mal einen Klon von mir drauf. Und dann einen Klon hier drauf und wir können durch. Okay, was haben wir denn hier als nächstes? Rotes Licht blockt die Wechslerstrahlen. Also das heißt, hier können wir nicht zu unserem Klon wechseln. Aber wir müssten ja eigentlich einen Klon hier drauf stellen können. So. Dann packe ich einen Klon noch hier hin und wechsel zu ihm und schon haben wir das Problem gelöst. Und hier haben wir ein weiteres Datenterminal. Eintrag 2, Städte 24, interne Nachricht, denke ich mal, soll das heißen? Von Sam. Ich brauche eine Sicherheitssphäre. Ich sitze seit Wochen auf dem Planeten fest. Ich bekomme keine Rückkehrerlaubnis nach Tesois. Kannst du mir helfen? Kim sagt leider nein. Ich vermisse meinen Mann genauso sehr wie du deinen. No. Okay, hier haben wir wieder rotes Licht, also wechseln ginge hier nicht. So. Anscheinend gibt es da nichts, was du da tun kannst. Dann fahren wir mal runter, schalalalala. So, wir haben jetzt hier die Grabungsstätte. Da geht es hier weiter. Und hier ging es weiter zum Teleporter. Der ist hier. Teleporter offline. Natürlich, wäre ja auch zu einfach gewesen. Eine weitere Schiffriersphäre für Zugriff auf Teleporter-Konsole benötigt. Groovy. So, hier ist also der Teleporter. Und da brauchen wir so eine Schiffriersphäre. Was sagt er hier? Eintrag 3, Nachricht an Quarantäne. Von Choregrams, Städte 24, an Tesos Quarantäne. Wir brauchen hier unten eine schnellere Ablösung. Der letzte Schichtwechsel hätte vor sechs Stunden stattfinden sollen. Stattdessen soll das Team noch mehr Gesteinsproben hochschicken. Alle sind müde. Bitte um Anweisungen. Ja, ich bin auch müde. Okay. Ja, und da oben haben wir so eine Schiffriersphäre. Zumindest müsste das eigentlich eine sein, denke ich mal. Ähm, okay. Let me think. Let me think. Ich muss... Mal gerade gucken. Das dürfte eigentlich gehen. So, ich bleib jetzt mal hier stehen. Dann mach ich mir... Schub die Heidi. Ich brauche erst mal... Na, das ist eigentlich Latte. Ich kann mir erst mal... Na, das ist logischerweise... Ich brauche hier einen Klon. Dann muss ich zu dem wechseln. Muss da oben einen Klon erschaffen. Und ich brauche natürlich hier noch einen Klon, damit ich wechseln kann. Jetzt lass mich mal überlegen. Ich müsste jetzt erst mal... Weil dann muss ich mit dem nach links laufen. Na, das ist eigentlich Latte. Ich kann jetzt erst mal hier den Klon erstellen. Wir drehen uns mal um. Nee, ist nicht Latte. Moment. Dann wechsle ich erst mal zu dem hier. Dann mache ich mir hier noch einen Klon. Der Klon kann diese Sphäre nicht aufnehmen. Das ist das Problem quasi. Dann switche ich mal zu dem rüber. Dann switche ich hier hin. So. Dann können wir nämlich rüberlaufen, ohne dass der da oben runterfällt. Ah, nee. Dann müssen wir... Ach, scheiße. Nee, das war blöd. Weil jetzt muss ich wieder... zu ihm hier switchen. Und der da oben fällt jetzt runter. Crap. Nee, das war doof. Moment. Da muss ich noch mal... Da muss ich noch mal ran. Moment, Moment, Moment. Dann machen wir... erst hier jemanden. Ja, aber wenn der wieder runterläuft, das bringt mir nix. Kann ich das auch wieder abbrechen, bitte? So geht's ja nicht. Weil sobald ich wieder nach rechts laufe, fällt ja der da oben runter. Also müsste ich quasi doch erst mal hier einen erstellen. Moment. Moment. Machen wir ganz anders. Ähm... Erst mal hier einen erstellen. Der läuft... Der läuft... rüber. So. Dann kann ich mir hier einen erstellen. Switche zu ihm rüber. Ja, so geht's. Dann hier... Switch. Hab sie eingesammelt. Eine Monogonsphäre. Haben wir jetzt eingesammelt. Und können die dann hoffentlich hier einsetzen, oder? Oh. Wir können uns jetzt hier zurück teleportieren. Ich will aber nur mal ganz kurz gucken, ob das hier... Ne, hier geht's auch gar nicht weiter. Okay. Gut, ich wollte es nur mal gerade testen. Dann benutzen wir den Teleporter. Teleporter-Funktionsstörung. Super. Das hat ja klasse geklappt. Alles ist hier im Eimer. Also müssen wir gucken. Doch, hat geklappt. Willkommen auf der Raumstation T-Säus. Jetzt sind wir auf der Raumstation. Und... Wow. Hallöchen-Pupöchen. Hallo? Hallo, Echo? Spricht der Stein mit uns? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Und da oben ist anscheinend ein weiterer Teleporter, zu dem wir hin müssen. Und ja, wir müssen hier immer wieder kleine Kopfnüsse knacken. Sektor 2 Forschung. Also, ich finde es wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Und stellenweise wirklich nicht einfach. Das geht schon manchmal ganz schön auf die... auf den Kopf. Und... Aber ich denke mal, man hat so ungefähr verstanden, worum es hier geht. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr Möglichkeiten dazu kommen, diesen Swapper quasi zu benutzen. Aber ich denke mal, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, was man hier so treibt, was man hier so macht, was unsere Aufgaben sind, dürfte das jetzt eigentlich vom Prinzip her reichen, Hups, die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Erkenntnis. Unser Name war ihnen unbekannt. Sie nannten uns Wächter. Ja, und ich finde, die Story kann auch noch ganz interessant werden. Und naja, typischerweise können wir hier auch Sachen verschieben und so weiter. Also, ich finde es wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel mit super Ideen. Und... Ja, auch nicht ganz ohne, was eben das Gehirnschmalz angeht. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Und... Ja, bin mal gespannt, was ihr so davon haltet. Ob ihr sagt, ja, dat wär wat für mich. Oder ob ihr sagt, nee, lass mal. Das ist mir ein bisschen zu viel Gehirnschmalz. Ich würde mich auf jeden Fall hier mal verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann zwar nicht mehr oder nicht bei The Swapper wieder, aber bestimmt bei einem anderen Spiel in der 1 Plus Reihe. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dennne dann. Bye, bye.